das team nicht von überfeld das dachte ich mir tatsächlich auch alter man kann es auch echt übertreiben aber gut japaner oder erkennst du ein japaner richtig an den übergroßen airbags vom toyota bei xenoblade geht er tatsächlich noch also hier geht es tatsächlich auch es ist nur die eine tatsächlich die so groß ist oder ihre vorbau sage ich jetzt mal so großes nächstes video oh ここにもこの花が咲いているのか ありがたいな この花がはどうかしたんですか よけに大きいけど こいつは 魔物の嫌がる香りを出すんだ 花の周囲にれば 比較的安全と言える つまりここなら気軽に休息できるというわけだ 今後あちこちでかけるなら覚えておくといいぞ tutorial safety flowers oder sicherheitsblumen finde ich eine komische wir sagen einfach rastplatz okay sometimes you'll find an usually large flowers growing out in den field also manchmal finden wir so diesen blumen die sind super geeignet nein sie agieren als wir unser bett im atelier wenn wir rasten resting heißt oder rasten heißt wir restore unsere hp restore wiederherstellen in der flower genau die brauchen aber die zeit wenn man sie benutzt hat bis man sie wieder benutzen kann also früher konnte ich das mal englisch denken und ja aktuell klappt das überhaupt nicht mehr da sind einige safe zonen in der welt draußen so augen offen halten für diese pflanzen aber paira ist auch schon grenzwert ja paira aber da ist es halt nur die eine es gibt da noch zwei drei andere blades die auch so sind ne aber sag ich ja mal aber die er hier äh da gibt es mal noch nicht den namen weil da kommt das später äh besagte mysteriöse person die ist schon echt extrem ne sag ich mal erstes auch so ey alter what the fuck man kann es auch ein bisschen übertreiben ne ich meine gut aber dieser die 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 Oh, da kriegen wir unseren Einlauf von Agatha. Ah, Agatha. Ah, schimpfst du zu viel. Lupard Valenz. Glorious Papa, by the way. Ampel Volmer. Und Layla Desires. Oder die Cyrus. Keine Ahnung, wie man das auf Japanisch ausspricht. Aber auf Englisch heißt das Desires. Madame Rüsenjabek. Das war's für mich. 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 Aber es ist, dass wir uns noch auf den Ort betrachten. Aber es ist schwer, ob wir uns hier herumschlagen. Es ist schwer, ob wir uns hier zu Hause den Zuschauer helfen. so kann er machte wieder ein dalle hat man noch an der kohle ich immer war ich glaube ich sage die dem männer kann der kannte da ja sie kämpft leiser omae war oder der sektor zuikalen mio sandow handen also bemerken und agatha ist eine olle pizze sassog thomas ich werde ich da johle 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 da geht es zurück dann in so sequenzen wenn die immer laufen das finde ich halt irgendwie voll das finde ich lustig es gibt absolut keine deutschen texte und irgendwas aber der name von dem kaffee ist halt ein deutscher rasenboden moritz brunnen und shadow hallöchen moritz brunnen da schilder wie geht es dir über den sonntag wakarai koko moatta ko to ko to go oto gaarebanaanaanaanaan naari to kono moe mitz ni go so o dan oh ha 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 よろしく moe sa tagai ni yoi shoubei ga dekiru yo to liha kara te i ee kono moe its ni o makaste wo Ich bin der Kuchen-Fruits. Das ist das Problem. Das war's für mich. Ich habe eine Wälderung für die Wälderung für den Wälderung. Bitte, hier! Ich möchte euch das anrufen. Die Wälderung ist ein Karten, von mir. Der Herr von dem Herrn, der die große Hände, der Sonntag? Heilt das? Es geht nicht darum, aber... Es ist Charles King. Als Kind für eines Verluste. Es gibt einfach einen guten Verlusten in den Menschen. Ich bin ein Kind. Es ist nicht jeder Mann, das ist drei Mann. Manchmal ist es nicht ein Kind... Vielleicht sie ist das Geld? Es ist auch Geld... Aber das ist die Hände. Es gibt eine Wörter des Stadens an und gibt es einen Sand, die da sind. Es gibt einen Riesen. Die Hände, die das Wasser haben. Das ist das Land, wenn man das Wasser mit dem anderen, der Wasser hat. Das ist die größte Sache, was ich. Das ist ein sehr schönes Land. So, so? Danke. Dankeschön. Ich habe nicht gesagt, dass Nubelto-san gesagt wurde, aber... Hm? Vielen Dank, Claudia. Ja, das ist auch hier, Liza. Sorry. So, für diese Questreihe übrigens habe ich zwölf Stunden gebraucht, privat. Äh... Falsch. Da muss ich hin. Riza und Claudia, the daughter of the newly arrived merchant, become fast friends. But when Agatha finds out Riza left the island, she gives her a very large piece of her mind. While all the adults heat to Brun Manor for a welcome banquet, Riza and her friends leave the village once again. Genau, wir sollen dann das... Wir sollen jetzt einen Abdrücker machen, so. Also hier ist es so, ne? Wasserversorgung hat der Typ ja unter sich, deswegen führe sich auch für der Oberwurzer. Äh... So. Dann mit einem Grund, warum das ganze Japan geht, übrigens reißer halt die Klappe. Sei es jetzt Spiele, Manga oder Animes im Westen, einfach immer noch nicht wirklich Fuß fassen können. Heiß gießen die halt selbst einmal weiße Wasser auf die Müll. Der Vorurteil, ja. Also gerade mit sowas wieder, und ich kann an der Stelle schon mal sagen, gerade diese Leila, mit ihrem... Über-Mega-Airbags, wie es Afflex so schön sagt. Äh... Ja, die sind halt schon... Das ist halt auch so wie bei... Das ist halt immer so ein Charakter, ne? Weil der halt immer, äh, immer wieder kommt. Und... Äh... Ja. So, eine haben sie da immer mindestens drin, ne? So, irgendwo hier kommt gleich wieder Video. Oder kommt das erst im nächsten? Na, irgendwo hier war das, glaub ich. Ah, doch im nächsten. Und so, so. Komm ich schon glatt nicht da. Über die ist jetzt ein Job oder wie Kelly. Heißt, ich würd's ja laufen lassen, wenn es nicht immer so ein ekelhaftes Gefühl wär. Und eine riesen Schweinerei geben würd. Ich glaub, hier kommt's Video. Oder? Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, das passt, wenn ich mich nicht so an. Also, wenn du mal in der ersten Zeit 얘기- Wir sind noch zu spät, dass du mal hast. Und dann machen wir mal wieder und zu spät. Ich habe einen großen Augenblick. Ich habe eine neue Freundin gemacht. Ich habe das erste Mal gesehen. Ja, das ist das Kloj. Was ist das Kloj? Was ist das Kloj? Ich bin sehr froh, was ich mit einem Freund zu sein? Ach so, hier sind wir so viele Mädchen. Natürlich, das ist auch sehr großartig, aber... Hey, Riza und die anderen. Boss Prunen Lombardorn Lombardorn Das war's für mich. der boss erinnert mich ja so ein bisschen kennt ihr karate kid 2 glaubt der zweite war das hier an den wo er wo sein okinawa sind so von dem alten freund von mr miyagi der sohn an den erinnert mich ja so ein bisschen hat kelly kennst du nicht schäm dich und wieder rauszoomen first steps one update wir sollen nach hause gehen für das lustige ist einmal hier hingehen was ein gestes nassting left to say zu deutsch was mehr muss man dazu nicht sagen wir müssen nach hause voll doch richtig dann müssen wir über ein laufmisch jedes mal es gibt nichts mehr zu sagen es gibt nichts mehr zu sagen mehr gibt es dazu nicht zu sagen es kann übersetzen wie man es ist ja keine eins zu eins übersetzung ist eine freie übersetzung nenne das ist egal wann wann du dahin gehst egal zu welchem zeitpunkt er sagt immer dasselbe also von daher interpretiere ich das eher so boss mehr muss man darüber nicht sagen so ich kann schon mal weise voraussagen ich kann in die zukunft gucken gleich kriegen wir unseren nächsten ein lauf jetzt kommt ein lauf jetzt kommt er Ich denke, dass ich es nicht so überhörte, was ich es nicht so... Das ist toll, dass ich zum anderen nicht durchgekehrt habe. Ist das also eine Schwung von der島? Das ist das nicht auch eine Schwung von der島, oder? Ich glaube, es ist das nicht so, wie es das ist, aber... Ich glaube, dass ich das nicht so gut ausgehen kann. Ich denke, wenn ich das erste Schritt auflegekeitsst, dann muss ich das nicht gut ausgehen. Irgendwie sieht sich die Tür halt total scheppst aus, ey. Was ist das? Das ist alles gut, was ich? Was ist das? Was ist das? Das ist alles gut, was ich? Was ist das wirklich? Nein, nein! Das ist nicht so, dass ich das, was ich. Das sind die zwei, Ampel und Lila. Ich bin der Eltern, das Haus, der ich mir schon erwarte. Ich bin der Vater und der Vater. Aber das ist das, wie ich mich fühle. Die beiden haben sich in das Gebiet gefeiert. Ich bin der Herbst. Also haben wir einen Ort. Ich bin derjenige. Ich bin der Weisbild für ein Herz, oder? Ich bin der uns interessiert. Der Herz? Ich bin der Herz. Ich bin der Herz. Ich bin der Herz. Du bist so gut, oder? Wir gehen jetzt, zwei zusammen! Hahaha. Ah, ihre Laune erinnert sich aber schnell. Mache, ich dachte, dass ich mich gut fühle, wenn ich mich gut fühle. Das habe ich vorher gesagt, Hau. Na ja, ich glaube, dass ich mich in die Zimmer in die Zimmern befestigt habe. Wir gehen auch, oder? Wenn wir in die Geschichte von Boudin bis Kiusi-Guy gehen, dann gehen wir nach links. Atelier online special BGM pack has been added. Advanced exploration patch has been applied. You can now reach battle level 99. Raising your battle level will also boost your active skills. This will add some new party quests as well. Complete this party quest and raise your level to boost your characters even further. Legendary difficulty level freigeschalten. You can select it after creating a clear save. On this difficulty level you will be cursed at the start of each battle. Also wir kriegen so eine Art debuff am Anfang jedes Kampfes. This permanent debuff will reduce your entire party's defense. Also unsere defense wird debuffed. To compensate, also um es zu kompensieren bekommen wir erhöhte Coal, also Coal ist das Geld hier. Am Ende vom Battle oder vom Kampf. Change BGM, also Background Music oder Hintergrund Musik können wir jetzt ändern, wurde freigeschalten. Können wir vom Diary, also von unserem Stuhl, wo wir auch safen können, zugreifen. First Steps updated. First Steps updated. First Steps updated. Erstmal. Hier kommen wir nämlich Diary. Hier können wir jetzt BGM. Können wir jetzt quasi so eine Art Playlist machen. Ich will erstmal safen. So, haben wir. Und dann? Oder? Ich glaube ich, kommt jetzt der Einlauf. Oder? Ich weiß nichts davon, dass ich Papa helfen soll. Aber ich habe früher auch immer als Ausrede benutzt. hat bei der winnie geholfen karls dauert unser papa an der sojag der amerika skala konno kohan 私今日は大事な用事があったりなかったりなんだけど やることはたくさんあるぞ まずは水汲みに畑の水やりからだ まずはってとこから重労働なんだよ 今日は1日くらい畑も頑張ってくれるんじゃ ライザー 畑は生き物なんだよ お前は1日飲まず食わずで頑張れるのかい うーん そりゃそうだけど お前には何より 真剣に畑と向き合う心が足りない 向き合って そこの草むしりをして あのうねが壊れてるよ なんて声がたくさん聞こえてくるだろう やん stellenweise so lange pausen 売りなでんけ 実は終わり うんだけど その声に答えてはたけしごとしているとやがて自分が 畑も一部になったようだ あなた どうしたんだよ どうした じゃないよ またライザーに逃げられて あったく どうしていつもああなんだろうね うーん まあ あの年頃の子には畑仕事は退屈かもしれん だが根気よく説得すれば いつかきっと うん ごめんね お父さん 私はまだ当分 その境地にたどり着けそうにないのよ どうした 大丈夫 どうした Untertitelung des ZDF, 2020